So, es geht Ihnen schon so los, nehme ich an. Äh, mein Text. Ja, generell, Robert kann nicht hier so frei sich Sachen merken und so. Egal. Willkommen zu einer weiteren Antwort in Reimform. Ich werde das Ganze höchst unprofessionell ablesen. Ja, okay. Mit welchen Gegenständen habe ich den Trick ausprobiert? Gute Frage, denn ich wage zu behaupten, dass jedes Teil des Haushalts auch dafür herhält, seitgeschweidige Dennis, aushält. Und wie mir auffällt, ist diese Methode mit dem Parkett nicht kompatibel. Und auch der Zwiebel taugt sie höchstens als Atommodell. Äh, doch schnell was Neues ausgedacht und festgeklebt. Und ich sage euch, was ich erlebt habe, war sagenhaft. Die alte Kamera vor Opa. Und von meinem Bruder, der Router, konnte ich fürs Dreifache verkaufen. Und die Kunden laufen mir immer noch die Bude ein. Und ich habe auch die schon angeboten. Und ich sage nur, die Angelroute von Mutti. Oder die Doktorarbeit vom Gutti. Tja, all diese Sachen haben sogar kabelloses WLAN. Und in einer Zeit des verkabelten Y-Wahn und aus Taiwan kam der aktuellste Versuch. Ja gut, die Qualität ist ein Fluch, ein Segen. Das kann man nie wissen und deswegen direkt dreimal bestellt. Und siehe da, es funktioniert wunderbar. Ein Spaß wie damals der Deutschschritt durch Wilhelm Tell. Ein Apfel fürs Ei schonend, sogar empfindliche Ohren. Und somit kommst du ungeschoren aus der Sache raus. Me, myself und I selbst sind hiermit raus. Ciao. Wie geht das Ding jetzt aus hier? So. Hey, Kekka hat nochmal hier. Und zwar, ich wollte euch den minimalen Aufwand zeigen, den eine solche Special Production für kleines Mariechen in Anspruch nimmt. Und zwar hätten wir hier Lampe 1, Lampe 2, Lampe 3, Lampe Duser. Und noch viele, viele andere schöne Sachen hier unten. Das ganze Equipment mit dem Skript kopfüber, was gerade aus ist. Ja, und ich hoffe, es hat euch wenigstens gefallen. Dafür, dass ich mir jetzt ungefähr eine halbe Stunde den Aufwand gemacht habe. Ganz zu schweigen vom Schreiben vom Text. Egal. Ist das gerade so ein bisschen Selbstbeweihräucherung? Oh, ich stehe drauf. Dabei bin ich gar kein Kathole. Wie auch immer, denkt dran, liebe Hater und Kommentatoren, auch Deutsch ist Freeware. Aber leider nicht Open Source. Dankeschön.